Der Backup-Automat wird um den Hals getragen und es gibt mehrere Möglichkeiten, ihn zu montieren. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute im Video, wie ihr den Automaten am besten um den Hals tragt, wie ihr am besten die Montage vornimmt, dass ihr ihn um den Hals tragen könnt. Wenn euch solche Videos mit Tipps und Tricks rund ums technische Tauchen interessieren, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Wie wird der Automat aber nun montiert? Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die ich euch gerne zeigen möchte. Am allereinfachsten ist es, wenn ihr ein vorgefertigtes Gummiband hier verwendet. Das gibt es von verschiedenen Herstellern, natürlich auch bei uns im Shop. Verlinke ich euch unten in der Infobox, sowie auch alle anderen Dinge, die wir heute noch besprechen. Das Gummiband ist vorgefertigt und hier habt ihr die Möglichkeit, den Automaten reinzustecken. Ich zeige euch das mal. Ihr nehmt hier einfach den Lungenautomaten, die zweite Stufe, wie sie ist und schiebt hier das Gummiband vorne drüber. Das könnt ihr dann sehr weit zurückschieben und so ist es eigentlich auch ganz bequem zu tragen. Es kann aber schon sein, dass ihr hier vorne anstoßt. Also das hängt auch ein bisschen vom Lungenautomaten ab, vom Schnitt des Lungenautomaten. Manche haben hier ein sehr langes Stück, bis das Mundstück beginnt. Dann kann man es weit zurückschieben, dann ist es überhaupt nicht störend. Andere Automaten haben gerade hier an der Unterseite oft das Problem, dass man es nicht weit genug reinschieben kann. Und dann ist es beim Tragen vielleicht nicht richtig unangenehm, aber ihr werdet es spüren. Es ist halt einfach ein bisschen anders, wie man es vielleicht gewohnt ist. Aber wie ihr seht, ganz einfache Methode, das hier draufzuschieben, um den Hals zu hängen. Wenn euch dieses Gummiband zu kurz ist, übrigens wie wir jetzt erst vor kurzem herausgefunden haben oder eigentlich nie davor drüber nachgedacht haben, das Maß, das ihr angegeben hat, ist der Durchmesser, nicht der Umfang, sonst wären die Maße viel zu klein. Also hier der Durchmesser für das Ganze hat uns ein Kunde erst mal vor kurzem draufgebracht und ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Wenn euch das zu kurz erscheint, dann gibt es hier auch noch eine längere Variante, ist vom gleichen Hersteller. Hier ist etwas mehr Gummi. Warum hier auf der Seite noch zusätzlich diese Klemmen da verbaut sind, kann ich euch nicht erklären. Aber ansonsten das gleiche Prinzip, halt deutlich länger. Hängt immer ein bisschen davon ab, wie eure Ausrüstung ist, wie stark ihr hier aufbaut, je nachdem, was ihr verwendet und ob ihr dadurch ein längeres Gummiband braucht. Ansonsten wird wahrscheinlich für viele die kürzere Variante ausreichen sein. Auch die lange Variante wird einfach hier drüber geschoben, genauso wie ich es euch bei der kurzen gezeigt habe. Dieses Stück hier vorne ist identisch zum kurzen. Dann haben wir noch eine viel einfachere Variante, indem ihr hier einfach Bungee verwendet. Bungee gibt es in verschiedenen Stärken. Ich würde hier die 4mm-Variante bevorzugen. Ihr könnt aber auch 3 oder 5mm. Stärker würde ich dann nicht mehr gehen, auch wenn diese natürlich deutlich stärker sind. Aber ich finde hier immer 4mm ist eine gute Sache. Man kann damit das hier auch wieder, indem man es knotet, indem man beide Enden so zusammenknotet, dass hier auch wieder eine Schlaufe entsteht. Genauso wie wir es hier jetzt bei den anderen, bei den Vorgefertigten haben, könnt ihr hier das im Prinzip selber knoten, damit hier so eine Schlaufe entsteht. Und diese Schlaufe wird dann hier drüber geschoben. Ich habe mal so eine Schlaufe gemacht. Irgendwie haben wir sie zwar abgeschnitten, darum habe ich hier nur noch dieses Stück über. Aber ihr seht, das ist im Prinzip auch so ein Schlaufensystem, wie man es dann hier hat. Und wenn man das jetzt hier drüber zieht, dann ist allerdings der Vorteil, dass es natürlich deutlich dünner ist. Schaut dann, wenn ihr das so macht, dass die Knoten links und rechts sitzen, also dass das so verbaut wird oder so verknotet wird, dass links und rechts diese Knoten sitzen, dann stören sie auch überhaupt nicht. Auch hier das hier ist relativ dünn. Und bei vielen Automaten, so wie auch bei dem hier, rutscht dann dieses Band auf der Unterseite, weil es eben so dünn ist, hier noch in diese Ritze, in diesen Schlitz rein. Dafür sind dann die zu dick und stehen auch nicht über. Und somit ist eigentlich diese Variante eine schönere Variante. Die ist angenehmer zu tragen, aber sie ist halt auch mit etwas Aufwand verbunden. Man muss hier ein bisschen basteln, man muss hier die richtige Größe finden, dass es nicht so leicht runterrutscht, dass ihr es aber auch noch gut drüber kriegt. Da muss man einfach ein bisschen rum experimentieren und mit dem Bungee hier arbeiten. Das Bungee gibt es auch in verschiedenen Farben, sodass ihr hier auch noch ein bisschen Farbe an eure Ausrüstung bringen könnt. Wie gesagt, das hier ist ja nichts anderes wie hier in der vorgefertigten Variante. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Ganze zu fixieren, indem man hier das Ganze fest einbaut, dass man diesen Kabelbinder hier löst. Der Kabelbinder ist bei den meisten Lungenautomaten ein ganz üblicher Standardkabelbinder, den man auch aus dem Baumarkt kennt. Also hier seht ihr ein ganz normaler Aufbauender Kabelbinder. Man kann hier oder manche Hersteller verwenden hier auch flache Kabelbinder, wo hier nichts mehr wegsteht. Dann ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben solche auch im Angebot. Das gibt es dann nicht in jedem Baumarkt. Aber ganz klassisch wird hier normalerweise ein überstehender, ganz normaler Kabelbinder verwendet. Diesen Kabelbinder könnt ihr öffnen oder könnt ihr abschneiden und einen neuen verwenden. Und dann klemmt ihr hier zwischen Kabelbinder und Mundstück das Bungee rein. Ihr könnt das dann richtig festziehen und dann hält das ziemlich gut. Der Nachteil an dieser Montagevariante ist allerdings, wenn aus irgendeinem Grund ihr diesen Automaten abgeben müsst oder er euch weggerissen wird, dass der Partner daran zieht, warum auch immer. Dann ist es bei den anderen Varianten so, dass das natürlich einfach aus dieser Führung herausrutscht und der Automat frei ist. Bei dieser Variante braucht es schon sehr viel Kraft, je nachdem natürlich wie fest ihr diesen Kabelbinder zugezogen habt, aber braucht es schon sehr viel Kraft, dass dieser Kabelbinder oder dass dieses Bungee aus dem Kabelbinder herausrutscht. Und es kann, wenn es ganz blöd läuft, auch passieren, dass es euch dieses Mundstück hier mit abzieht. Gerade dann, wenn ihr vielleicht sogar noch einen Knoten mit eingebaut habt, damit es nicht versehentlich herausrutschen kann. Dann wird es natürlich schon schwer, dann wenn angezogen wird, dann wird wahrscheinlich das ganze Mundstück abreißen oder ihr bringt es einfach nicht weg, weil es so stabil ist, weil ihr es so gut zugezogen habt, dass es sich einfach nicht rührt. Also drum, wenn ihr hier reinsteckt und das Ganze mit dem Kabelbinder macht, würde ich keinen Knoten mehr vorne rein machen, damit zumindest die Möglichkeit besteht, bei ganz viel Zug, dass es dann auch wieder herausrutschen kann. Das waren aus meiner Sicht die Methoden, die wir haben, um dieses Bungee oder um diesen Automaten um den Hals tragen zu können. Wenn euch noch andere Sachen einfallen, dann natürlich gerne unten in der Infobox. Lasst es uns wissen. Ansonsten bin ich auch schon am Ende. Wie immer bitte ich euch darum, lasst uns ein Abo da, lasst uns einen Daumen hoch da. Bleibt noch etwas auf unserem Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Dive Support. Bis zum nächsten Mal bei Dive Support.